Moin aus Bremen, Michael hier. Schaut mal, was ich hier habe. Das ist ein Mac Pro aus dem Jahr 2009. Schlappe 15 Jahre alt. Ist die Maschine der gute alte Käsereibe, wie wir sie ja kennen. Und in diesem Video wollen wir den ein bisschen refurbischen und vielleicht kriegen wir den ja noch auf eine aktuelle Software. Wir bauen ein bisschen was ein, damit er schneller wird. Ach, es wird, glaube ich, ganz groß. Ein Bastelvideo. Ihr könnt euch schon drauf freuen. Also los geht's. Ich habe ja schon einige Mac Pros hier auf dem Kanal auf den aktuellen Stand gebracht. Dies ist ein älterer Mac Pro. Der Mac Pro 4,1, so heißt er offiziell bei Apple. Und wir können daraus ein Mac Pro 5,1 machen, indem wir sozusagen seine Firmware umflaschen. Und dann können wir neue CPUs einbauen. Das werden wir in diesem Video machen. Aber erstmal gucken wir uns die Kiste mal ganz genau an. Okay, ich gebe zu, die Kiste ist nicht nur technisch veraltet, sondern die ist auch ziemlich dreckig. Das müssen wir auch angehen. Aber jetzt wollen wir ihn einmal aufmachen, um zu gucken, wie es denn drinnen aussieht. Wenn ihr schon mal mit Mac Pros gearbeitet habt, dann wisst ihr ja, dass die relativ leicht zu öffnen sind. Das kennt man heutzutage gar nicht mehr von Apple. Man macht hier einfach so einen Hebel auf und dann kann man die Seitenwand aufklappen und hat den Blick in das Innenleben. Und als erstes fällt uns hier schon die rote Grafikkarte auf. Das ist eine Radeon. Die ist für das System, wie es jetzt ist, okay und auch gut geeignet. Wenn wir auf höhere Versionen wollen, also auf neuere Betriebssysteme, dann müssen wir die austauschen gegen eine Metal-fähige Grafikkarte. Ja, viel mehr ist nicht drin. Hier unten sehen wir, ich habe hier schon einmal aufgemacht, und ich habe hier, seht ihr vielleicht ein bisschen stümperhaft, mit Edding 4,1 herangeschrieben, sowohl an dieses Board hier unten und auch hier drin, weil es gibt auch Mac Pros 5,1. Die sehen auf den ersten Blick ganz genauso aus, auf den ersten Blick wohlgemerkt. Und damit ich hier nicht durcheinander komme, habe ich das markiert. Das kriegt man aber wieder weg. Das können wir auch wieder abwaschen. Ja, wir gucken noch mal genauer rein. Diese Kiste stammt aus einer Zeit, in der Apple noch Computer gebaut hat, die man leicht warten konnte. Ihr seht hier oben, das sind Festplattenschuber oder Einschübe. Hier kann man also vier SATA-Festplatten reinschieben. Und wenn man den so aufgemacht hat, wie ich ihn jetzt aufgemacht habe, dann kann man die auch einfach rausziehen. Es wackelt hier ein bisschen wegen der Tische, aber hier ist die Festplatte, kann man einfach rausziehen oder auch einfach so wieder reinstecken. Und die anderen Dinger sind gerade leer. Die anderen Schübe, da ist jetzt gerade nichts eingebaut. Aber die Erweiterung mit einer weiteren Festplatte ist hier ohne weiteres möglich. Und das werden wir auch tun. Wir werden hier in einen dieser Schieber, wahrscheinlich in diesen hier, eine SSD einbauen. Aber wir gucken uns natürlich auch die Kiste an, so wie sie ist. Also wir benutzen die natürlich erstmal so, wie sie ist, um einfach auch mal einen Eindruck von der Maschine zu bekommen. Die Mac Pros gab es in unterschiedlichen Konfigurationen mit Dual-CPUs oder mit Single-CPUs. Wir haben Glück, das ist hier eine Dual-CPU, an diesen Alu-Kühlkörpern, an diesen großen und der Speicher. Das sind zwei Gigabyte-Module, hier jeweils vier und dahinter sehen wir gleich auch nochmal vier. Also 16 Gigabyte hat diese Maschine. Und man kann das hier mit so zwei Hebelchen, kann man dieses ganze CPU-Board entnehmen. Dann seht ihr, da hinten sind die anderen RAM-Riegel. Das tue ich jetzt erst nochmal wieder rein, aber nachher, wenn wir den auf dem Arbeitstisch haben, dann werden wir nämlich die Kühlkörper entnehmen und die CPUs, die sich darunter befinden, austauschen. Das sind aber ganz spezielle CPUs. Ich habe schon neue Modelle bestellt. Dann werden wir die Dinger abschrauben, Wärmeleitpaste tauschen und neue CPUs draufkleben. Ein letzter Blick nochmal auf die Grafikkarte. Die bekommt zusätzlichen Strom hier über dieses Kabel. Das kennt man in modernen PCs. Der Strom, der sozusagen über den PCI-Express-Slot kommt, reicht nicht aus. Deswegen hat sie hier ein zusätzliches Kabel und es liegt auch noch ein weiteres herum. Auf diese Weise kann man noch eine Grafikkarte anschließen, die noch mehr Strom zieht. Also das ist auf jeden Fall gegeben. Was der sonst noch so kann, müssen wir gleich mal in den Systeminformationen rausfinden. Dass ihr mit NordVPN eure Daten verschlüsseln könnt, das wisst ihr natürlich. Das habe ich euch schon relativ häufig erzählt. Warum solltet ihr das tun? Wenn ihr zum Beispiel im öffentlichen WLAN, beispielsweise im ICE unterwegs seid, dann ist dieses WLAN unverschlüsselt. Baut ihr nun eine NordVPN-Verbindung zu einem Server, beispielsweise in Deutschland, auf. Mit einem Klick geht das Ganze. Dann sind eure Daten auch über das WLAN verschlüsselt. Holt euch unseren Deal von NordVPN hier über den QR-Code auf dem Bildschirm oder über den Link unten in der Videobeschreibung. Danke an NordVPN für die Unterstützung dieses Videos. So, ich bin ja mal auf den Balkon gegangen und habe, deswegen heilt es hier auch so ein bisschen komisch. Ich habe jetzt hier den mal aufgemacht und ich bin deshalb auf den Balkon gegangen, ein Staubbläser ist es, kein Sauger, er bläst, hier nochmal durchgehen möchte, um sozusagen nochmal so ein bisschen den Staub daraus zu befördern. Es ist nicht so viel Staub drin, der ist schon gut erhalten, aber so ein bisschen und ganz vorsichtig gehe ich da mal drüber. Achtung, es wird laut. So, und wenn man nämlich über das Mainboard geht mit so einem Gebläser, er hat hier vorne so eine Bürste dran, also der pustet, der saugt nicht, der pustet. Trotzdem, hier ist so ein Stecker, eine Steckerleiste hier unten, die sind sehr feine Kontakte und auf dem Mainboard, oder bei Apple heißt ja Logicboard, sind sehr viele kleine Bauelemente und da möchte ich nicht so brutal mit so einem Blasebalg darüber gehen, dann weiß man, ob man da irgendwie eins beschädigt. Aber ich werde jetzt nochmal hier ein bisschen, so ganz bisschen noch was wegpusten. Man muss immer ein bisschen drücken, bis der angeht. Achtung, und jetzt. So, und das war, das war es auch schon, fast. Ich saug jetzt noch hier ein bisschen außerhalb, in den Füßen. Aber das ist natürlich nur sehr oberflächlich, das soll aber für den Moment reichen. Und da habe ich gesagt, saugen, meine ich natürlich pusten. Hier ist, das ist ein Puster, ich muss es mir einfach noch merken. Es sieht aus wie ein Staubsauger, es sieht eigentlich aus wie ein Haarfön. Hier ist das Logicboard, die Prozessorplatine mit dem RAM. Hier gehe ich auch nochmal ganz vorsichtig drüber auf niedrigster Stufe, damit wir da nichts beschädigen und dann möglicherweise irgendwelche Bauteile kaputt gehen. So, das war eine harmlose Behandlung. Ihr seht hier diese feinsten Bauteile hier auf dem Logicboard, die möchte ich nicht beschädigen. Den schieben wir wieder rein und jetzt ist es soweit, dass wir die Kiste auf den Bautisch stellen und dann als erstes kümmern wir uns um die CPUs. Die tauschen wir jetzt aus. Bevor wir den jetzt zerlegen und neue CPUs einbauen, wollen wir uns den natürlich einmal angucken in Betrieb, also wie er jetzt läuft. Ich weiß schon, da läuft High Sierra drauf, aber wir gucken trotzdem. Außerdem müssen wir ihn ja flashen von 4,1 auf 5,1 und das machen wir während er jetzt noch funktioniert. Also brauchen wir natürlich auf jeden Fall Strom. Und die Grafikkarte hat Thunderbolt-Ausgänge und ich habe aber, weil ich ja der Adapterkönig bin, so einen schicken Adapter von Thunderbolt auf HDMI und dann klemme ich den jetzt mal an meine Capture-Karte an und dann sehen wir auch gemeinsam auf dem Bildschirm, was der so kann. Wir wollen zunächst mal gucken, was wir denn hier konkret haben. Bisher haben wir ihn ja nur in Hardware gesehen und noch nicht in Software. Deswegen gucken wir hier auf über diesen Mac und dann sehen wir, wir haben ein 2x 2,26 GHz Quad-Core Intel Xeon, 16 GB RAM, das hatten wir gesehen, eine ATI Radeon HD 5770 mit 1 GB RAM. Das ist sehr wenig für spätere Betriebssysteme, für dieses geht es natürlich. Und wenn man nochmal in den Systembericht geht, der ist ja noch ein bisschen ausführlicher, dann sehen wir hier oben, das ist das Entscheidende, es handelt sich hier um einen Mac Pro 4,1. Das heißt, wir werden den jetzt umflaschen auf Mac Pro 5,1. Damit wird er nicht automatisch besser, aber das Schöne ist, in dieser neuen Firmware erkennt er neue Prozessoren oder andere Prozessoren. Das heißt, wenn ich jetzt hier die Prozessoren einbaue, die ich schon gekauft habe, die sind 3,3 GHz 6-Kern-CPUs, das heißt, wir haben dann in Summe insgesamt 12 Kerne, dann würden die hier jetzt beim Stand jetzt nicht erkannt werden. Also würde zwar die Gigahertz-Zahl angezeigt, aber mehr auch nicht. Und das wird auch alles nicht richtig funktionieren. Deswegen flashen wir den jetzt auf 5,1. Das machen wir im nächsten Schritt. Ja, Leute, das ist ein super Projekt bisher. Ihr seht den Mac Pro, hier steht er auf dem Arbeitsplatz und er bootet gerade ins Recovery-System. Denn wie immer gibt es bei solchen Projekten mit uralter Hardware einen kleinen Bumper. Und in diesem Fall ist das so, dass dieser Mac Pro, der hier, eine Firmware hat, die man nicht von 4,1 auf 5,1 flashen kann. Die hat Apple mal für Refurbished-Geräte rausgegeben, also Geräte, die schon mal wieder bei Apple waren. Die wurden mit dieser Firmware ausgestattet. Und die erlaubt auf einfachen Weise keinen Flash auf 5,1. Das soll uns natürlich nicht abhalten, das Ding trotzdem aufzurüsten mit mehr RAM und einer besseren Grafikkarte. Nur CPUs können wir da leider keine neuen einbauen. Und wir können auch leider nicht von einer NVMe-SSD booten, weil das erlaubt die Firma leider nicht. Aber das soll uns trotzdem nicht abhalten, die Aufrüstung soweit zu machen. Und ich habe auch eine Anfrage laufen bei jemandem aus dem Forum, der möglicherweise trotzdem das noch schaffen kann, dieses Gerät auf 5,1 zu flashen. Und wenn wir das schaffen, dann können wir auch noch die CPUs austauschen. Ja, so läuft es manchmal. Ich baue das jetzt mal alles ein. Also mehr RAM und die neue Grafikkarte und auch noch eine USB-Karte. Die habe ich nämlich auch noch. Wollen wir hoffen, dass die wenigstens funktioniert. Und dann installieren wir hier mal ein vernünftig modernes Betriebssystem. Und dann läuft die Kiste auch so. Entschuldigt bitte ein bisschen die Unordnung und diesen nicht-professionellen Bautisch. Das ist eigentlich ein Schreibtisch und keine Werkbank. Aber hier geht es gerade so. Hier ist der Mac. Ich mache ihn auf. Das haben wir ja schon gesehen. So, ihr habt ihn ja auch schon von innen gesehen. Was jetzt passiert ist, wir nehmen das Prozessorboard raus, tauschen den RAM-Speicher aus, nehmen die Grafikkarte raus, tauschen die aus, nehmen diese Festplatte, lassen wir drin. Das ist ja die, von der wir die ganze Zeit gestartet haben. Wir nehmen das zweite Fach, dieses hier. Hier ist ja nichts drin. Und hier bauen wir einen Festplattenrahmen ein. Habe ich hier schon liegen. Und in den bauen wir dann die SSD ein. Und wenn wir die Grafikkarte ausgebaut haben, bauen wir auch noch eine neue ein. Das ist die, die hat zwei Gigabyte Speicher. Sollte für unsere Zwecke erstmal reichen. Ich habe auch noch eine mit vier Gigabyte Speicher. Aber für den ersten Test und für Big Sur oder sogar Sonoma sollte es eigentlich reichen. Also, guckt mir einfach zu im Speed-Bild sozusagen, wie ich das hier alles mache. Vielleicht gelingt es mir ja auch. So, jetzt baue ich den RAM-Speicher ein. Das ist bei den alten Macs tatsächlich so wie bei modernen PCs. Man kann die einfach aus diesen Sockeln so rausnehmen. Das kennt man mit modernen Macs gar nicht mehr. Indem man einfach rechts und links diese Hebel zur Seite drückt. Und schon hat man den ganzen Speicher raus. Wie gesagt, hier sind es 16 Gigabyte. Wir rüsten jetzt auf auf 64. Das sind immer zwei, das sind 16 Gigabyte Module. Gebraucht, aber Serverspeicher, wie wir ihn kennen, kennt man als Apple-Kunde nicht mehr. Einbauen von Speicher ist super easy heutzutage. Einfach reindrücken. Geht natürlich bei modernen Chips nicht mehr. Bei Apple Silicon beispielsweise ist das nicht mehr möglich, weil der sogenannte Unified Memory sich direkt auf dem Chip befindet. So, bei den Mac Pros baut man von vorne nach hinten den Speicher ein. Also die Slots 1 und 2 werden zuerst bedient. Theoretisch könnte man auch drei einbauen. Werden wir vielleicht später auch noch mal machen. Noch jeweils ein weiteres Modul. Aber dann hätten wir 96 Gigabyte. Aber hier soll es jetzt erst mal reichen. Vorne. Und jetzt das Ganze noch hinten. Der Speicher ist an sich gebraucht. Aber wie man hier sieht, an den Modulen ist nichts dran. Die sind quasi neuwertig. Und was soll da auch kaputt gehen? Ganz ehrlich, was soll da kaputt gehen? Außer die Verpackung natürlich. Die CPUs, die sich hier drunter befinden, das sind ja die Kühltürme sozusagen, die tauschen wir in diesem Schritt noch nicht aus. Das machen wir im nächsten Video. Jetzt noch die SSD und dann sind wir fertig. So, um diese SSD in diesen Mac zu kriegen, brauchen wir so einen Adapterrahmen. Der macht aus der, ich habe eine Samsung 500 Gigabyte hier verwende, ich sollte für den Moment reichen. Man braucht aber diesen Rahmen, damit die dann aussieht wie eine 3,5 Zoll Platte, weil nur die passen in diesen Rechner. Man könnte die SSD auch einfach da drin auf den Anschluss stecken. Da drin ist ja der Anschluss, die würde dann so ein bisschen schweben. Aber ganz ehrlich, das ist mechanisch eher so ein Albtraum. Und dann nehme ich lieber so einen Rahmen, der kostet, der hat mich jetzt hier glaube ich 9 Euro gekostet. Ich hatte sogar noch einen. Da muss man aufpassen, dass die richtigen Löcher, also die richtigen Gewinde da sind. Hier, diese sind entscheidend, weil wir das Blech da gleich drauf schrauben. Sind die nicht vorhanden, hat man ein Problem, dann passt es nicht rein. Aber wie gesagt, ich rate streng davon ab. Klar, für den Test geht es natürlich, dass man die SSD da schwebend einbaut. Keine Frage. Aber im richtigen Betrieb, wenn der Mac vielleicht auch mal bewegt wird, sollte man die da eigentlich nicht schwebend reinlegen. Auch wenn die wenig wiegen im Vergleich zu einer mechanischen Festplatte. Trotzdem ist das für den Anschluss Stress. Und das ist natürlich auch super unprofessionell. Deswegen mit so einem Rahmen haben wir da keine Probleme. Das mache ich jetzt. Ich schraube das Ding jetzt rein, stecke es rein. Und dann seht ihr ja gleich, wie ich den Rechner anschalte und wie hoffentlich nichts explodiert. So, der spannende Moment ist gekommen. Alles ist angekabelt, Strom. Der hat jetzt HDMI out, weil die Grafikkarte das hat. Die Tastatur noch über USB-A, aber demnächst vielleicht über USB-C. Das hat ja die Steckkarte. Ich habe ein Trackpad statt der Maus. Das habe ich auch angemeldet. Ich hoffe, das funktioniert über Bluetooth, sonst muss ich es noch ankabeln. Ich mache gleich wieder die Capture-Karte an. Ihr seht schon, das kleine schwarze Fenster ist QuickTime, der das capturet. Und wir sehen, was passiert. Also jetzt machen wir ihn mal an, der große Moment kommt. Ich habe glücklicherweise eine Steckdose in meinem Sicherungskasten, die separat abgesichert ist. Also wenn er jetzt in die Luft fliegt, dann passiert uns nichts. Ich habe ihn angeschaltet und im Moment passiert nichts Ungewöhnliches. Und wenn er gleich seinen Start-Chibe macht, was am Anfang bei RAM-Tausch immer etwas dauert, dann hoffen wir, dass es geklappt hat. Bisher passiert nichts. Das dauert am Anfang, wie gesagt, da ist das Start-Chibe, das ist schon mal sehr gut. Und da kommt auch ein Bild in grün diesmal. Das ist auch nicht schön. Aber wir gucken mal, was weiter passiert. Ich lasse das hier mal mitlaufen. Das CD-ROM-Laufwerk ist aufgegangen. Das macht mir ein bisschen Angst. Die Falschfarben machen mir auch ein bisschen Angst. Aber das kann an der Grafikkarte liegen. Müssen wir gleich mal gucken. Das kann auch hier an der Capture-Karte liegen. Er fährt auf jeden Fall soweit hoch, was schon mal gut ist. Er bootet noch von der mechanischen Platte. Auch das ist gut. Die braucht ein bisschen länger. Und anschließend schauen wir mal. Wenn ihr euch fragt, wie kriege ich denn das System auf die SSD? Also ich könnte es neu installieren. Oder ich kann es mit super-duper klonen. Einfach von der jetzt existierenden Partition auf die andere. Mal sehen, was passiert. Ach, guck mal. Das Bild sieht auf jeden Fall gut aus. So, ich habe auch meinen Kennleut wieder eingegeben. Maus funktioniert auch, also Trackpad. Grafikkarte funktioniert. Warum das jetzt eine komische Farbe dieser Bootscreen hatte, das ignorieren wir mal. Wir haben auf jeden Fall ein Bild. Das ist schon mal gut. Lass uns auch in die Systemeinstellungen gucken, beziehungsweise über diesen Mac. Da sehen wir dann genau, was passiert. Wir sehen also, das ist Mac OS High Sierra immer noch. Mac Pro Anfang 2009 mit 2 mal 2,26 GHz. Und das hat sich erst nicht geändert. Aber wir haben jetzt 64 GB RAM. Und wir haben hier die NVIDIA GTX 680 mit 2 GB RAM. Und wir sehen immer noch ein Mac Pro 4,1. Das ist ja auch dabei geblieben. Wir haben die Prozession ja nicht ausgetauscht. Was wir jetzt noch testen, ist, ob die USB-Anschlüsse erkannt werden. Das können wir hier unter USB sehen. Da sehen wir USB 3.1 Bus. Damit ist klar, also wir haben einen USB 3.1 Hub. Das heißt, dieser Rechner hat jetzt USB 3.1. Sensationell. Und wir könnten also jetzt externe Festplatten mit USB-Geschwindigkeit anschließen. So, jetzt klonen wir noch das System auf die SSD. Das zeige ich euch jetzt nicht hier im Video. Wir gucken uns den Rechner ganz zum Schluss dieses Videos noch einmal an. Im ersten Teil dieses Videos. Im zweiten geht es ja darum, auch die Prozessoren noch zu tauschen und noch ein paar andere Tweaks zu machen. Aber jetzt wollen wir ihn, und vor allem das BIOS zu flashen, dank Mac Schrauber. Aber jetzt wollen wir einfach nur das System auf die SSD bringen. Da müsst ihr nicht dabei sein. Das habt ihr vielleicht schon gemacht. Das zeige ich euch auch in vielen anderen Videos schon. Wir booten ihn gleich neu von der SSD. Bis gleich. Das war mal ein interessantes kleines Projekt. Ihr seht jetzt hier den Mac mit macOS High Sierra. Alle Daten wie bisher. Und wir können jetzt erkennen bei den Festplatten, dass L-Capitan so heißt die Festplatte, die SSD. Von der haben wir jetzt gebootet. Deswegen steht die oben. Und ja, damit ist der Rechner soweit aufgerüstet, soweit es mit Bordmitteln geht. Im nächsten Video tauschen wir die CPUs, rüsten ein neues Betriebssystem auf und machen das Ding richtig fit für 2024. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Like und Abo nicht vergessen. Und bis dann. Tschüss. So, was sehen wir hier? Mac Pro Anfang 2009 sehen wir Prozessor 2x 2,6 GHz Quad-Core. Intel Xeon, 64 GB RAM. Ja, Juli. Willst du da hoch? Ja, hier ist meine Katze. Du bist sonst nie im Fernsehen. Ja, Spatzi. Hier, hopp. Hopp. Ja, das schaffst du. Das schaffst du, Mäuchchen. Das schaffst du, mein Mäuchchen. Soll ich dir helfen? Pass mal auf. Komm mal mit, Juli. Ich helfe dir mal. Hopp. Siehst du. So.